Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte in diesem kurzen Video erklären, welche Paketstruktur notwendig ist, um die Stern-Topologie in 802.15.4, also in Zigbee, zu realisieren. 802.15.4 ist ja auf den beiden Schichten Physical Layer und Mac Layer spezifiziert. Und auf dem Mac Layer haben wir dann vier verschiedene Typen von Datenpaketen, die spezifiziert sind, um die Netzwerkstruktur zu realisieren. Das ist zum einen das Beacon-Paket. Das Beacon-Paket wird typisch ausgesendet von dem Full-Function-Device an alle Reduced-Function-Devices, also von dem zentralen Koordinator an die zugeordneten Geräte. Dann gibt es Datenpakete, die gesendet werden können. Es können Bestätigungen gesendet werden und es können spezielle Kommandos gesendet werden für das Management der Netzwerkstruktur. Wir schauen uns zunächst nochmal den Physical Layer von 802.15.4 an. Da haben wir verschiedene Frequenzen, auf denen der Standard operieren kann, nämlich 868 MHz, 915 MHz und 2,4 GHz. Maximal ist eine Leistung von 100 mW, möglichst also relativ geringe Leistung und damit relativ geringe Reichweite, die man hiermit erzielen kann. Innerhalb der verschiedenen Frequenzbereiche hat man nochmal mehrere Kanäle, die möglich sind, je nachdem, was man dort an Kanals zwischen Sender und Empfänger vereinbart. Gleichzeitig sehen wir hier auch die Übertragungsraten, die jeweils möglich sind. Das sind mit maximal 250 Kbit pro Sekunde nicht viele Daten, die hier pro Zeiteinheit übertragen werden. In den anderen Frequenzbereichen, 868 und 915 MHz, sind es sogar noch weniger, nochmal Faktor 10 weniger Daten, die man übertragen kann. Mit 20 Kbit pro Sekunde ist es eine sehr, sehr leistungsarme Übertragung, die man hier vorliegen hat in dem Standard. Wenn man sich aber vor Augen hält, dass eigentlich nur ganz kleine Datenpakete gesendet werden, also beispielsweise Temperaturwerte oder andere Werte, die irgendwie aus einem physikalischen Prozess kommen und dass hier kein ständiges Update dieser Daten passieren soll, dann ist 20 Kbit pro Sekunde mehr als ausreichend, um hier die Daten zu übertragen. Und jetzt schauen wir uns im ersten Schritt mal das Datenpaket für den physical layer an. Da haben wir zunächst den Startbereich des Paketes. Den macht eine sogenannte Präambel aus und ein Start of Frame Delimiter. Wofür hat das jetzt gebraucht? Das ist ganz ähnlich wie in der drahtgebundenen Übertragung. Der Empfänger muss erst einmal den Beginn eines Datenpaketes erkennen. Und dafür gibt es die Präambel, die dauert 32 Bit und das ist eine charakteristische Sequenz an Bits, meistens 0 und 1 im Wechsel. Und anhand dieser Sequenz kann der Empfänger sich zunächst mal auf den Datenstrom des Senders synchronisieren. Das heißt, er kann die Bit-Anfänge und die Bit-Enden erkennen. Wenn er das dann nach dieser Zeit, nach diesen 32 Bit, gemacht hat, dann kann er mit der charakteristischen Sequenz SFD, also Start of Frame Delimiter, das ist eine andere Sequenz als die Präambel, erkennen, dass jetzt die eigentlichen Daten gleich folgen. Und dann zählt er nach dieser Präambel genau diese 8 Bit mit dieser anderen charakteristischen Sequenz ab und kommt dann zu dem eigentlichen Start, also zu dem Punkt, wo SFD zu Ende ist und wo dann die Framelänge übergeben wird. Und die Framelänge ist die erste eigentliche Information, die für den Physical Layer wichtig ist. Das ist nämlich die Länge des eigentlichen Datenpaketes, was hier insgesamt gesendet wird. Und da gibt es verschiedene Werte, die möglich sind. Die Werte 0 bis 4 sind nicht möglich. Der Wert 5 ist erstmalig möglich. Und der Wert 5 wird genau dann gesetzt, wenn wir eine Bestätigungsnachricht haben. Wenn also keine wirklichen Inhalte gesendet werden, sondern wenn nur bestätigt wird, dass eine vorher gesendete Nachricht auch angekommen ist, fehlerfrei angekommen ist. Dann sind wieder die Werte 6 und 7 reserviert, nicht möglich. Erst die Werte 8 bis zur maximalen Paketgröße sind dann wieder möglich. Und die maximale Paketgröße ist bei dem Standard 127 Byte. Das heißt, in dem Parameter der Framelänge wird mit diesen 7 Bit die Information übergeben, wie lang das eigentliche Datenpaket insgesamt ist. Das darauffolgende Bit ist dann wieder reserviert bzw. darf nicht gesetzt werden. Und anschließend folgt die eigentliche Payload, folgen die eigentlichen Nutzdaten, die dann formal gesehen in der nächsten Schicht angesiedelt sind, in der MEG-Schicht angesiedelt sind. Wenn wir uns dann die MEG-Schicht wieder anschauen, wie die strukturiert ist, dann haben wir zunächst mal den Frame-Typ, der enthalten ist in den Nutzdaten der MEG-Schicht. Und wir hatten vorher gesehen, dass wir verschiedene Frame-Typen haben. Das ist zum einen das Beacon-Frame, zum zweiten Daten, die gesendet werden können, oder auch Kommandos für das Netzwerkmanagement. Die restlichen Bit-Kombinationen sind reserviert und nicht im Standard spezifiziert. Im nächsten Byte haben wir dann eine Sequenznummer. Das heißt, wir können den Datenpaketen auch Sequenznummern mitgeben, wenn wir zusammenhängende Daten haben. Das dient dann dazu, um vielleicht spezielle Sequenznummern auch noch einmal anzufordern, wenn Fehler bei der Datenübertragung passiert sind. Dann haben wir den Bereich der Adressierung. Dort haben wir erstmal den PAN-Identifier, also Personal Area Network Identifier, der hier ein bestimmtes Netz identifizieren kann. Und dann die eigentliche Adresse des Knotens, der betroffen ist von der Kommunikation. Das ist wieder aufgeteilt in Ziel-Quelle, also in Destination und Source für diese Adressen. Und dann haben wir die eigentlichen Nutzdaten, Frame-Payload, die dann an die Adresse angehangen werden. Im letzten Bereich haben wir zwei Byte, die sogenannte Frame-Check-Sequenz. Die haben wir auch in der drahtgebundenen Kommunikation, weil wir am Ende eines Datenpaketes, meistens am Ende eines Datenpaketes, eine Prüfsumme erzeugen und diese Prüfsumme auch noch mit anhängen. Wir können anhand der Prüfsumme erkennen, ob ein Fehler bei der Datenübertragung passiert ist. Wenn diese Prüfsumme nicht zu dem passt, was vorher an Daten empfangen wurde, wenn also beim Nachrechnen der Prüfsumme der Empfänger feststellt, die Prüfsumme bestimmt nicht mit dem überein, was ausgerechnet wurde, dann wird hier ein Fehler erkannt. Dann ist also ein Fehler in der Datenübertragung passiert und dann wird keine Bestätigung gesendet oder es werden vielleicht die Daten noch einmal angefordert. Soviel also zur prinzipiellen Struktur des Frames. Und jetzt schauen wir uns das Beacon-Paket noch einmal etwas genauer an. Da haben wir im ersten Bereich wieder das, was wir im generellen, prinzipiellen Datenpaket vorfinden, nämlich den Frame-Type, Sequence-Number und die Adressfelder. Und dann kommt die eigentliche Payload, die eigentlichen Nutzdaten und es beginnt mit unserer Superframe-Spezifikation. Das heißt, an der Stelle bekommen wir auch mit, die Beacon-Order und Superframe-Order sind. Das sind die Informationen, die dann die Reduced Function Devices brauchen, um zu wissen, wie lange dauert die aktive Phase und wie lange müssen sie warten, bis das nächste Beacon-Paket gesendet wird. Dann kommen noch Informationen über das Netzwerk-Management, also zum Beispiel auch, welche Reduced Function Devices hier spezielle Zeitschlitze zugewiesen bekommen. Am Ende wieder Frame-Check-Frequenz, um mögliche Fehler zu erkennen. Das nächste mögliche Datenpaket ist hier ein allgemeines Datenpaket mit Nutzdaten, zum Beispiel Temperaturwerte, Lichtwerte, andere physikalische Werte, die von Sensoren gemessen werden können. Beginnt wieder mit den Management-Informationen, Typ, Sequenznummer und Adressierung. Dann werden die eigentlichen Nutzdaten angehangen, also Informationen der höher gelegenen Schichten, der Anwendungsschichten. Und abgeschlossen wird das ganze Datenpaket wieder durch eine Frame-Check-Sequenz. Wenn ein Fehler erkannt werden soll, dann wird wieder berechnet, ob die Frame-Check-Sequenz mit der ausgerechneten Frame-Check-Sequenz übereinstimmt. Wir haben noch ein ganz kurzes Datenpaket, nämlich das Bestätigungspaket. Das Bestätigungspaket, was hier nur aus dem Frame-Typ, der Sequenz und der eigentlichen Frame-Check-Sequenz besteht. Das heißt, die Sequenznummer, die erfolgreich empfangen wurde, würde hier als Nutzdaten übergeben. Und daran kann der vorherige Sender erkennen, dass sein Datenpaket erfolgreich angekommen ist, dass es ohne Fehler angekommen ist. Und die letzte Möglichkeit, ein Datenpaket zu senden, ein sogenanntes Command-Frame. Das heißt, ich gebe Befehle für das Netzwerkmanagement, steht wieder aus den Elementen Frame-Type, Sequenz-Number und der Adressierung. Und danach kommen dann bestimmte Kommandos, die vielleicht abgesetzt werden für das Management des Personal Area Network, abgeschlossen durch die Frame-Check-Sequenz. Das waren also kurz zusammengefasst die Datenpakete, die bei 802.5.10.4 möglich sind, mit dem entsprechenden Zweck, dass man das Beacon-Paket vom Full-Function-Device sendet, um den Anfang der aktiven Phase zu markieren. Anschließend können Daten ausgetauscht werden, die können bestätigt werden und es kann Netzwerkmanagement durchgeführt werden. Sie sehen anhand der Struktur der Datenpakete, dass die relativ einfach gehalten sind. Relativ einfach auch, weil man hier keine komplexe Kommunikation aufstellen möchte, sondern weil man eine sehr energiesparende, eine sehr einfache Kommunikation realisieren möchte.